Hey du, sieh mal! Theo räumt seine Kommode auf. Pullover kommen hier rein, in dieser Schublade befinden sich seine T-Shirts, gleich darunter seine Socken. In der letzten Schublade liegen seine Hosen. Theo fragt sich, warum alles so geordnet sein muss. Am liebsten wäre ihm alles in einer Schublade. Heute lernst du gemeinsam mit Theo, warum Ordnung von bestimmten Dingen so wichtig ist. Auch das Ordnen von Informationen. Los geht's! Was ist eine Information, denkt Theo? Eine Information ist eine Aussage. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.